ARD Text im Auftrag von Funk Meine Familie, Freunde, die Trauer darüber, dass mir meine Heimatstadt weggenommen wurde, das ist genauso schlimm wie deine Trauer. Hahaha. Ach, das war die, ne? Die doch eingeschlossen war. Ja, stimmt, die eingeschlossen war. Meine Trauer, worüber soll ich denn traurig sein? Nein, ich bin die Auserwählte. Ich wurde ausgewählt, diesen Planeten zu führen. Die Ausgewählte? Ja, wahrscheinlich, ne? Was, nur ohne Kopf? Die ist ohne Kopf rumgelaufen? Mir wurde befohlen, deine Leute auf dem Planeten zu vernichten. Ich habe nur meine Ehre. Sefirot, ich habe dir vertraut. Oh Gott. Entschuldigung. Nein, du bist nicht der Sefirot, den ich früher kannte. Boah. Meine Augen. Und das ist das Ende der Geschichte. Moment mal, das ist alles? Ich kann mich nicht erinnern. Was geschah mit Sefirot? Von den Fähigkeiten her hätte ich ihn nie töten können. Die offiziellen Akten weisen aus, dass Sefirot tot ist. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Die Zeitung gehört, Shinra. Du kannst dich also auf diese Information nicht verlassen. Krasse Sache. Äh, ich muss die Wahrheit wissen. Ich will wissen, was passiert ist. Ich fordere Sefirot heraus und habe es überlebt. Warum hat er mich nicht getötet? Ich lebe auch noch. Es scheint, dass vieles keinen Sinn ergibt. Was mit Genova? Es war im Shinra-Gebäude, richtig? Shinra brachte es von Nibelheim nach Midgar. Hat jemand es später empfiehlt? Es fehlte im Shinra-Gebäude. Sefirot. Verdammt, es ergibt alles keinen Sinn. Ich gehe. Hört ihr? Ich bin weg. Das Denken überlasse ich euch. Hey, Cloud. Los gehen wir. Äh, warte mal. Cloud, was ist los? Schießt man hier herum, während Sefirot sich auf dem Weg ins verheißene Land befindet? Ich werde weder Sefirot noch Shinra das verheißene Land erreichen lassen. Falls sie das schaffen, sind wir alle am Ende. Verstehst du, was ich meine? Wunderbar, einfach schön. Überlasst das alles mit mir. Was? Wie laufst du jetzt ab? Oh, Bruder, was? Cloud, wie schlecht ging es mir als Sefirot mich niederlädt? Äh, was? Ich dachte, du liegst im Sterben. Ich war so verzweifelt. Ich. Die alten. Cetra, Chinova, Sefirot und ich. Lass uns gehen. Barret wartet. Eine faszinierende Geschichte. Oh, im Erdereich zu sagen. E-Cloud, hier. Das PRS. Komm, mich nicht austauschen. Ah, cool. Ich muss irgendwie... Ah, also los. Das ist ja cool. So. Ähm, Geilze. Ich würde ja sorgen, dass ich das jetzt hier nutze. Hier nach draußen gehe. So, das wir jetzt hier abspeichern. Und dann kann ich wenigstens noch ein bisschen leveln. Das wir jetzt hier abspeichern. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Cut. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Viele Informationen. Ja, das werde ich machen. Ich werde noch ein bisschen leveln. Also offscreen. Also so nicht in streamen so. Weil das ist dann langweilig. Ich glaube, das ist langweilig. Dann werde ich mich morgen hier hinsetzen. Den ganzen Tag, äh. Ja, von morgens bis abends dann. Leveln. Ich weiß nicht, ob das noch steht. Wegen morgen, abends. Ähm. Da müssen wir mal gucken, was die Varyona sagt. Weil die Varyona hatte eine Idee gehabt. Sollten wir jetzt mal gucken. Und dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal schneller weiter. Ich lasse mir nicht nochmal so viel Zeit. Dann machen wir baldig weiter. Ich würde sogar sagen, vielleicht am... Sagen wir mal am Sonntag. Oder? Morgen ist Freitag. Ja, da habe ich dir Freitag zum leveln. Und dann machen wir Sonntag weiter, würde ich sagen. Das hört sich gut an. Das machen wir so. So, habe ich jetzt gespeichert? Ich mach die ja nochmal. So würde ich sagen. Das wir das so machen. Hopps. Hopps. Na. Was macht er denn jetzt hier? So. So sieht der Plan aus. Würde ich sorgen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Muss ich ehrlich gestehen. Viele Informationen. Vieles neue Wissen. Oh, cool. Viel dazugelernt. So. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen schönen Abend. Ja, fand ich auch. Ich fand das auch sehr schön. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Schlaft gut. Und dann sehen wir uns ja vielleicht morgen. Auf jeden Fall Samstag. Auf jeden Fall sehen wir uns Samstag. Also. Und die mit ihrem Feuerwerk hier. Ist das schlimm. Schlaft gut. Träumt was Gutes. Und dann vielleicht bis morgen. Auf jeden Fall bis Samstag. Und dann bis Sonntag. So. So. Also. Tschüss. Macht euch einen schönen Abend. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.